Wir haben letztes Jahr mit der PGL zusammengearbeitet. Die PGL hat sozusagen die Production in der Arena gemacht. Aber wir sind bereit! Ey, hier, es ist 10 Uhr wieder, für 10 Uhr war das Spiel angesetzt. Das ist ja gar nichts an Verzögerung. Ja geil, oder? Ey, richtig krass. Und nochmal als Hinweis für euch, sofern wir noch Gamesound bekommen. Ähm, Seitenwahl hatte in diesem Fall G2 Esports. Und die haben sich für die CT-Seite entschieden, denn es ist der Map-Pick von Navi gewesen. So, Gamesound kommt bestimmt auch noch irgendwann. Nehme ich auch an, ja. Später. Jetzt erstmal die Runde. Genau, um den Aufbau. Und der Aufbau ist schnell übern Park ein Richtung Underground abgestellt. Man hat auch Flamie direkt mit der Tech-9 ausgestellt, dafür hat Edward auf mehr Equipment verzichtet. Oh, Schocks. Ich glaube, die rechnen damit wirklich, dass Schocks versucht auszuschließen. Die haben Flamie da unten abgestellt. Ah, der frisst direkt den Hedge und damit ist die Tech-9 für die Katz, weil die hat nichts erreicht. Er versucht hier direkt gegen zu gehen. Wie seine Mates ihm die Tür zu machen. Und der hat sich dann einfach zu Apex ab, aber der hat auch gefightet und jetzt haben wir noch keinen Bombenplan, weil man den Aspots anfangs zwar offen gelassen hatte, aber jetzt wieder eingenommen hat. Das war sehr viel Underground-Kontrolle von G2. ein 3 gegen 5. Apex und Kenny S würden schnell fallen. Das kann noch schnell kippen und der hat es halt einfach auf dem Schirm. Wenn er das Eck hier richtig checkt, ist das ein Free-Frag. Er könnte jetzt hier auch wieder auf die Tech-9 gehen, die da noch lag. Macht er aber nicht. 35 Sekunden, allzu viel Zeit hat Navi nicht mehr, um auf den Spot zu kommen. Die müssen jetzt langsam Gas geben. G2 hat sich entschieden, einfach 2-2 zu decken. Schirm, denke ich mal, wenn die schon die Tech-9 da unten abstellen und die alleine abstellen, dann wollten die unten diesen Störenfried im Konnektar rausnehmen. Wiederum fand ich es sehr cool, dass Kenny S die Position von Shockstein übernommen hat, dass man immer noch so ein Störenfried da unten hatte. Fand ich es ein sehr cooles Setup da von G2. Genau, und hat am Ende dann ja auch funktioniert und wir haben endlich In-Game-Sound bekommen. Wie gesagt, Leute, ich habe es eben schon mal geschrieben, wenn wir auf dem Clean-Feed sind, haben wir da wenig Möglichkeiten, was zu machen. Wir sehen kein Kevlar bei Navi, sehr viele Granaten, die gerade alle Richtung B rausfliegen, allerdings nur mit Glocks bewaffnet. Also, vielleicht können sie durch die ganzen Smokes, die hier liegen, zumindest ein Bombenpland raus... Oh, sie überraschen Schocks komplett! Die Glocks überrennen ihn, weil der Fokus Richtung Kurz fehlt. HE oben rein, die Bombe ist inzwischen gelegt worden. Trotzdem nochmal eine Überzahl-Situation und Body knallt da einfach noch einen durch die Smoke weg. Und so sind es nur noch Simple und Edward, kann die P250 von Simple hier noch die Runde entscheiden. Nein, sogar Edward macht noch einen Kill, aber Simple hat einen weiten Weg vor sich. Und ich glaube, da kommt die Entscheidung, die Runde lieber abzugeben. Vielleicht hier noch einen Exit-Frag gegen NBK zu machen, aber da hat Simple schon große Probleme, noch 37 HP. Und NBK fightet da sehr schön, am Ende macht er den Track mit der USP, somit ist es 2 zu 0 für G2 Esports da. Navi allerdings hier mit einem Bombenplan und vielleicht sehen wir jetzt schon die erste Waffenrunde. Hier konnte ich bloß die Bombe legen. Das war halt Schocks, der entscheidet sich halt echt lieber die Smokes abzuziehen, anstatt die offene Position in seinem Rücken an Kurz. Verstehe ich nicht so ganz, aber er war auch sehr alleine, weil er komplett abgeträgt wurde. Der war komplett eingekreist von Smokes. Aber guter, guter Execute von Navi, das Ziel war halt die Bombe legen und das haben sie erreicht. Und sie bauen wieder sehr mutig erstmal hier mit viel Druck Richtung Mitte auf. Also dieses Spiel oder dieser neue Stil von Navi, den sie seit ein paar Tagen spielen oder vorbereitet haben, etwas mehr Präsenz auch zu zeigen. Vor B oder jetzt hier Richtung Mitte gefällt mir sehr gut. Ich kenne Navi, das baut mit zwei Leuten bei Connector auf und steht mit zwei Leuten hinten an der T-Rampe und macht erstmal gar nichts auf Overpass. Hier ist das so ein schön mutiges Spiel. Eine Minute 15 und sie stehen ja fast schon in der Mitte. Das ist ja Verhältnisse für Navi über andere Dimensionen sind das ja. Ja, man geht hier erstmal in die Mitte, verliert das Duell gegen die beiden Spiele. Ah, sie ist versucht da direkt nachzugehen. Irgendwie hat man Probleme da unten, den Spieler am Connector down zu bekommen. Zweimal jetzt das Problem gehabt in der Pistol-Round, jetzt wieder, verliert sogar zwei Duelle. Das ist kein guter Start für Navi in die erste Waffenrunde. Sie werden ein bisschen auf diesen offensiven Stil von G2 reagieren müssen, schaffen sie jetzt aber einen Eröffnungs-Frag gegen den A-Spot zu machen. Body hat allerdings super viel Informationen mit seinem B-Push und er spielt das auch ganz intelligent, aber dann verliert er das Duell gegen Flamie. Und damit geht die ganze Info, die Body da gesammelt hat, auch wieder flöten, denn Navi bei 30 Sekunden, da wechseln die auch gerne mal den Spot. Aber Schox hat sich eine super Position rausgesucht. Die Bombe, 20 Sekunden, guck mal wo die Bombe ist. Die ist noch fast am T-Spawn, als wäre sie die ganze Zeit AFK gewesen und Schox wird die Runde hier gewinnen. Außer Flamie macht den Kill, aber Schox macht ihn. Bombe down und da ist keine Zeit mehr um die Bombe rechtzeitig zu holen. Edward wird am Ende noch vor der Zeit geholt, sodass das 3 zu 0 für G2 auf dem Scoreboard steht. Sehr schön ausgespielt von G2. Die lassen Navi hier keinen Raum. Die müssen halt irgendwie gucken. Entweder spielen sie keinen Connector mehr an, weil im Connector haben sie zwei Leute verloren. Das war auch schon das Problem vorher. Das kostet sie unglaublich viel Zeit. Entweder sie ziehen jetzt was Schnelleres auf, weil durch die zwei Leute müssen sie halt ewig lang diesen Connector einnehmen. Und Navis System baut gerade komplett auf dem Connector auf, mit Rotation und so. Und das klappt halt gerade gar nicht. Jetzt wird die Mitte hier abgefangen. Sehr schöner Move von G2. Boah, es ist so bockenschwer für Navi gerade irgendwie zugehörte Partie zu bekommen. Ja, das wird auch wieder eine Runde, die ist so schnell vorbei. G2 ist hier absolut on point. Oh, sieh dir das mal an, ey. Die pushen halt durch und durch. Aber auch schön zu sehen, dass sie an B defensiv bleiben, während sie an A, also in der Mitte den Druck machen. Also sie versuchen jetzt nicht überall Navi zu überrennen. Aber sehr sicheres Aiminggrad von G2. Also Navi, Ruhe bewahren. Es steht jetzt gleich erst 4 zu 0. Dann hat man wieder die nächste Waffenrunde. Ich finde, man sollte sich davon jetzt nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Das sieht immer, sieht immer sehr krass aus. Beeindruckend aus. Ja, genau. So ein offensives, aimlastiges Spiel. Ja, trotzdem. Sehr wichtige Map für Navi. Du hast es ja schon erwähnt, die zweite Map ist Nuke. Und das sticht so Navi ein bisschen ins Kreuz. Dieses Pick-System, wie es hier angewendet wird. Ja, G2 hat nämlich die Möglichkeit Nuke zu picken. Und das ist halt einer der Maps Never Cache, die von Navi nie gespielt wird. Ja. Das ist eigentlich der zweite Ban Never Cache, der immer durchgeführt wird. Und so hat G2 halt einen riesen Vorteil, weil Navi eigentlich beide Maps gewinnen muss. Also einmal die erste und einmal die dritte. Das ist eigentlich ein Pflicht-Sieg für sie. Es kann halt auch so kommen wie immer, dass sie sich gegenseitig ihre Map-Picks abnehmen. Aber da müsste Navi uns schon sehr überraschen auf Nuke. Ich glaube auch nicht, dass... Sie müssen sich ja jetzt entweder auf Cache oder auf Nuke irgendwie vorbereiten. Du kannst in einem Basel-Free nicht zwei Maps offen lassen und... Oder nicht zwei Maps außen vor lassen insgesamt. Ähm, das heißt, da wird irgendwas kommen. Und es ist auch interessant, dass sie sich dann eher für Nuke als für Cache entscheiden. Und ich find's super, was G2 hier macht. Denn jetzt spielen sie nicht mehr so offensiv. Ähm, das ist der Moment, wo sie... Oh, okay, ich bin zurück. Body wollte da jetzt an B ausschließen. Also es scheint entweder immer A Offensiv-Kontrolle oder dann halt dann B Offensiv-Kontrolle. Und NBK sitzt da auch noch weit vorne. Seast hat jetzt hier den ersten Kill gemacht. Da haben wir ein kleines Statement an B gesetzt. Guck mal, wie sie weiter vorwollen. Da kommt jetzt der zweite. Oh, der kann sie beide ansagen. Super Straight Transfer von Seast. Und fast holt er auch noch Schocks. Der hat nur noch 24 HP. Eine Runde, die jetzt sehr gut für Navi laufen könnte. Kommt aber wieder stark aufs Positioning der G2-Spieler an. Na, jetzt endlich mal ein Vorteil hier für Navi. Wenn die erste Duelle... Und das ist eigentlich so ein Spiel von G2... Boah, wie sie einzeln reinlaufen gerade. Na, da haben sie sich mit Candy erst in der Position gerechnet. Ja, aber das war auch kein gutes Refrag-Verhalten gegen eine AWP, da so einzeln reinzuziehen. Krass, krass, krass. Eigentlich das Spiel, was wir von G2 sehen, ist eigentlich genau das Standardspiel, was sie sich so erarbeitet haben auf Overpass. Es ist halt immer an einer Position offensiv stehen. Sei es Richtung Lang, sei es Richtung Mitte, sei es Richtung Connector oder sei es Richtung Sumpf. Gar nicht offensiv Richtung Monster, sondern eher die offensiv Richtung Sumpf suchen und da den Raum einnehmen. Ja, jetzt hat Navi aber keinen Bock mehr. Jetzt wird einfach schnell Richtung B gespielt. Das ist so gut gegengekontert, als hätten sie es auf dem Schirm. Und dann macht Apex die ersten beiden Bodies, steht Richtung kurz. Ja, und der wartet. Der muss noch einen Spieler rausholen, dann ist die Sache hier Geschichte eigentlich. Ja, und den bekommt er. Vielleicht noch einen zweiten. Ne, den kriegt er nicht. Das ist an ordentlich Stelle jetzt. Kommt dann der Spieler über Monster nach, der muss den Frag machen. Großes Duell da und Schocks trifft ihn nicht. Da liegt es jetzt an NBK. Ja, und wenn du den auf dem Spot hast, dann hast du ein Riesenproblem bei G2. Weil da werden sie hier... Oh, sie kommen sogar durch. Ja. Ach, ich wollte es nicht jinxen. Ich bin sogar der Meinung... Oh, guck mal, wie sie nochmal rotieren. Ey, ich meine, jetzt noch eine Minute auf der Uhr. Navi hat vorher halt deutlich langsamer gespielt. Okay, er wechselt lieber auf die AK, weil er damit etwas variabler sich aufstellen kann für Afterplant Positionen. Ja, für ein Retake, sag ich mal. Wobei er auch hier mit der Aave sehr gut regeln könnte. Und er hat den Riecher, er rotiert gerade schon Richtung A. Und das könnte vom Timing her noch passen. Seast ist etwas früher da. Spielt Navi nicht wirklich geschlossen. Bedeutet allerdings, dass Seast erstmal sagen kann, Spot ist frei. Und Guardian kann mit seinen Low-HP die Bombe noch legen. Und checkt Kenny das Eck jetzt erstmal mit dem Kill. Er zieht rum, er denkt an das Eck und er macht es nicht. Seast sichert somit die erste Runde für Navi. Das hing am seidenen Faden. Das vielleicht etwas zu offene Positioning von NBK auf dem B-Spot in diesem 2 gegen 2. War hier vielleicht ausschlaggebend, dass das noch gerettet werden konnte von Navi. Nicht gut in der Situation. Da spielt NBK eigentlich viel, viel solider. Da gibt dir das Wasser so viel Deckung. Ja. Und du kannst es auch sehr schön einfach auf Info spielen und sagen, ich lass sie kommen. Aber, naja, man muss auch manchmal eher vom Standard abweichen. Ist halt so. Vielleicht einfach zu confident in der Situation. Jo, das kann sein. Jetzt gibt es eine taktische Pause. Ja, weil an sich ist die Runde halt nur gerettet worden. Ja. Von Navi. Der eigentliche Plan auf B zu gehen hat halt nicht funktioniert. Dann sehen wir nochmal Andi. Der jetzt noch Input gibt, der ja Starrix ersetzt. Der hat vorher übrigens schon als Analyst bei Navi gearbeitet. Und ist jetzt aus dem Schatten des großen Starrix hervorgetreten. Ja, warum nicht? Kennt ja das Team. Kann man, muss man keinen neuen Coats suchen. Ist doch schön. Ist wirklich gut. Spart Zeit. Spart Zeit und spart Nerven. So, und mal gucken, ob die Nerven auch hier bei Navi geschont werden in dieser Runde. Auf jeden Fall. Waffen hat man noch genug bei G2. Damit auch noch genug Utility. Sehr interessant. Schocks steht jetzt hier mit Doppel-AWP-Setup. Ich kenne erst auf B und Schocks findet Spieler Nummer 1. Der ist halt komplett alleine auf sich gestellt. Deckt eigentlich nur dem Spieler im Connector so ein bisschen den Rücken. Ist halt sehr, sehr riskant. Aber im Endeffekt Navi halt alleine da nach vorne unterwegs das Duell am Suchen. Und sie verlieren wieder so ein direktes Duell, wenn es eins gegen eins geht. Und das ist nicht gut für Navi. Weil sie bekommen so keine Raumeröffnung. Ja, G2 ist gerade in allen Belangen besser. Also sie stehen taktisch fast immer gut. Wissen ziemlich genau, was Navi vor hat. Und sind halt auch vom Aiming besser. Flamie checkt jetzt so sicher nochmal das Eck, dass man da nicht nochmal irgendwie die Bombe verliert. Spieler vielleicht sogar zwei Kills machen kann. Die sind bereit für den B-Split. Und jetzt rotiert auch Apex runter Richtung Window. Das dürfte aber gleich abgesmockt werden, wenn es nicht schon passiert ist. Jetzt geht man vor und um wieder. Es ist ein Duell, dass ein G2 Spieler gewinnt. Dann piekt man auch mit rum. Schöne Doppeldeckung da am Monstergang. Die Bombe ist down. Run-MDK will natürlich auch nicht reinpeaken mit seinem 15 HP. Das überlässt er dann Apex. Also da ist keine Folgerunde für Navi drin gewesen. Die Runde, die sie gewonnen haben, nur mit einem Spieler überlebt. Ich sehe hier kein Geld für das CIS-Team. Ja und ich sehe auch Schwarz gerade. Oh ja. Es sieht nicht gut aus. Die Tour hat sich echt gut vorbereitet. Entscheidender Punkt, wie du es schon angesprochen hast, ist halt das Aiming. Das Aiming ist halt gerade eine Klasse besser auf jeden Fall. Man spielt es auch gut aus, dass man halt auch im Team arbeitet. Das fehlt mir gerade so ein bisschen bei Navi. Ja gut, genau sowas krönt das dann. Da guckt Edward nochmal die Smoke an und denkt sich, oh, ich hab verschmissen. Ja. Aber egal, da liegen genug Smokes. Da müssen sie jetzt halt irgendwie durchkommen. Kann man ja ganz gut ausgleichen. Die Body direkt hier rausgefischt. MBK und Apex. Die beiden müssen es jetzt richten. Bombe kann hier mit einem Ninja-Sprung geplantet werden. Aber das ist nix eigentlich. Weil da wird jetzt weiter abgefischt. Die stehen hinter der Smoke und dann ist das wie angeln. Einfach nur den Köder reinhalten und dann... Und die beißen an. Und die beißen an. Aber es ist wirklich nur das Ziel gewesen, die Bombe zu legen. Das zweite Mal, dass Navi diesen Smoke-Go spielt. Wieder kriegen sie den Spieler, der kurz decken soll. Ist es jetzt nicht sogar eine Möglichkeit, mal mit Waffen das Ganze zu probieren? Wäre aber zu offensichtlich. Und eigentlich muss Navi... Ey, trotz Bombenpland muss Navi noch eine Eco einlegen. Aber... Ja gut, okay. Ich sehe... UMP und Kevlar und trotzdem noch genug Geld, damit sie nächste Runde kaufen können. Ähm... Obwohl... Sie kriegen dann nur... 2400 in der nächsten. Aber ich nehme an, das würde noch reichen. Ja, das reicht. Ja, das reicht. So, da war ein Gepeg. Sicher war der bisher aber noch nicht. Und da verschießt er gegen den Zweiten. So wird es nochmal ein 2 gegen 2. Und wir sehen halt UMP und M4. Und man könnte eigentlich auch hier auf die AWP gehen. Die liegt da vorne noch. Und sie ist unten im Underground erstmal die Tür aufgemacht. Und wie kompakt steht denn bitte gerade G2? Ist schwer zu erkennen auf dem Radar, ob sie da zusammen standen. Jetzt wird sich aufgeteilt. Wenn ich es richtig sehe. Ich glaube nämlich, dass Schocks jetzt unten vom Heaven aus abziehen. Ne, der ist auch oben. Die bleiben beide auf Arsch stehen. Wie gut ist das denn bitte? Ne, jetzt rotiert Schocks runter. Oh, hat man das auf dem Schirm, dass da offensiv gestanden wird? Oh ja. Das ist halt so eine Position, die hältst du bei 25 Sekunden eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt der Fake. Und ich wüsse jetzt ganz genau, wohin es geht. Schocks kann jetzt hier abwarten. Findet den Ersten. So, und den Zweiten sieht er. Ah, hätte er da vielleicht warten können. Somit heißt es hier für Edward nochmal die Bombe zu legen. Da muss er erstmal den zweiten Spieler finden. Steht sehr close Richtung Kurz. Das heißt, Buddy sollte man gegebenenfalls gehört haben. Ne, der steht zu weit weg. Schon Richtung Pillar. Und er macht den Track nicht. Buddy holt hier die nächste Runde. Will man noch die AWP mitnehmen? Ja, dafür hat man noch Zeit. Da kann man ruhig nochmal Touristenroute gehen hier. Richtung Wasser. Nochmal Graffiti angucken. AWP mitnehmen. Und da die Bombe defusen. Es ist eigentlich so wichtig, wenn du so weit zurück liegst, dass du zumindest solche Klatschsituationen dann für dich entscheiden kannst. Wenn Shockstar schon den Fehler macht. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er da nochmal auf den Repeak geht. Ja. Ja. Ich meine, die führen 7-1. Da bist du halt auch sehr confident, dass du nochmal das Duell suchst, den Kill machst. Aber, naja, jetzt hat Navi auf jeden Fall genug Geld. Haben mit beiden Ecos die Bombe legen können. Schneller Molotow Richtung Kurz verhindert auf jeden Fall, dass G2 erstmal an B offensiv stehen kann. Aber die entscheiden sich wieder für eine Offensive mit der Deckung. Und dementsprechend warten sie an B ab. Aber G2 hat halt wirklich Schiss, dass irgendwann dieser direkte B Monster Push kommt. Guter Shot von Edward. Ja, dieser offensive Monster Push kann halt immer wieder kommen. Deshalb gehen sie eigentlich nicht wirklich das Risiko ein, am Anfang da großartig reinzugehen, sondern eher den Fokus auch so ein bisschen aufs Monster zu legen. So, das ist jetzt so eine kleine Fake vielleicht sozusagen, um einfach hier ein bisschen Zeit rauszuholen und auch den Gegner zu verwirren, dass man vielleicht Richtung Tür rausgeht. So, und Apex verliert diesmal auch das Duell. Das ist doch mal solide von Navi. Jetzt gewinnen sie auch endlich mal hier so ein paar Eröffnungsduelle. Einmal Richtung Mitte, einmal Richtung Apex da auf lang. Und dann ist die Runde eigentlich schon so gut wie weg für G2. Ja, noch haben sie keinen Spot, aber ich glaube auch nicht, dass NBK das jetzt wirklich klatscht. Der hat noch einiges an Granaten. Das Problem ist in so einem 1 gegen 5, wenn der Gegner so verteilt steht, dass du genau weißt, wenn ich jetzt hier an A den Frag mache, dann bauen die einfach nochmal um. Ah, jetzt hat er sich verraten. Okay, jetzt wollen sie ihn einfach nur intelligent peaken. Guck, er wird nur gebaitet. Jetzt seht ihr den Spieler hinten, kann einen machen. Guter Refrag von sie ist. Sehr gutes Peakverhalten von Navi in der Situation. Ja, und da gibt's... Navi! Ja, der feuert sein Team da noch an. Sehr gut. So muss das sein. Ganz richtig. Es ist immer noch möglich, dass wir hier ein 8 zu 7 zur Halbzeit bekommen. Dass Navi das einfach als schlechten Start abhakt und hier nochmal zurückschlagen kann. Und wir sehen auch schon, dass das Geld bei G2 am Anschlag ist. Die müssen hier aufpassen, wenn sie die Runde verlieren. Dann können sie direkt in die Eke. Und das ist der Moment, wo Navi dann wirklich Zugriff auf die Partie bekommt. Ja, aber der muss erstmal passieren. Und der Moment könnte jetzt sein. Navi baut wieder genau dem gleichen Prinzip auf. Diesmal etwas offensiver Richtung Kurz. Und G2 hält mal die Füße still. Die positionieren sich jetzt eine Reihe hinten dran. Also nicht mehr so offensiv. Kenny S zwar immer noch mit der Information Richtung Mitte. Aber nicht mehr so aggressiv auf Kante. Sondern eher etwas defensiver auf Kante. Da sind ja zwei Positionen, die man ausspielen kann. Mal offensiv und jetzt eher da Richtung Toilette. Defensiv. Also die Standardposition, wo man gerne abhämt. Und der zieht sich noch weiter zurück. Und Navi bekommt jetzt erstmal hier die Toilette übergeben. Spiel hier mit einem Richtung kurz. Also genau das gleiche System, was wir auch letzte Runde gesehen haben. Und das könnte Navi wieder ein bisschen so nicht gut in den Schoß fallen, weil sie dann wieder zu viel Zeit rumgehen lassen. Also sie brauchen halt irgendwo einen Pick. Und das ist das Problem bei Navi. Wenn sie keinen Pick bekommen, dann läuft ihnen irgendwie immer die Zeit davon. Bauen aber jetzt langsam, weil sie sicher Richtung Connector auf Kante. Somit Richtung B gehen. Bombe wird gepickt. Tempo anziehen wäre super von Navi. Sind noch 34 Sekunden. Vor allem, wenn sie die ganze Zeit Ceased hier in der Construction stehen haben. Das ist wirklich gut. Aber jetzt kommt halt dieser vom Timing her gut platzierte Push von Apex. So kann auch der letzte Spieler von A oben noch runterschieben. Der Go über kurz kommt. Sie kümmern sich erstmal in den Monstergang. Und NBK hier hinten macht einen. Noch einen zweiten. Dritter wird angeschossen. Das Apex von Winkler. Guardian war low HP. Und der ganze Go wird aufgehalten. Ja, das Problem, das ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Die Zeit. Und du hast es ja eben auch noch gesagt. Wenn sie keinen Pick bekommen, gehen sie irgendwann auf den Execute über. Aber hier hat sich G2 halt auch echt gar nicht gezeigt. Sie haben aber auch wirklich keine Anstalten gemacht, bei Navi irgendwie in der Mitte mal das Duell gegen Kenny S zu suchen. Obwohl sie in der Runde davor einen wirklich guten Short von Edward da gegen Kenny bekommen haben. So, und das ist jetzt schnellerer B-Aufbau. Und dann fliegt halt jetzt auch der Molotov hin. Das war eigentlich die Gelegenheit gerade für Navi, um zurück ins Spiel zu kommen. Und jetzt könnte es halt dazu führen, dass sie wirklich ganz bitter mit irgendwie einem L4-12-3 aus der Halbzeit noch rauskommt. Oh, die Flash war gut. Oh, Schocks! Nice! Aber er wird noch geholt. Es ist wieder eine 2 gegen 2 Situation. Kenny S hat noch gesehen, dass die Bombe gerade auf den Spot gelaufen ist. Macht einen frühen Peak. Der Molotov kommt nicht an. Der ist falsch abgeprallt. Aber jetzt ist der offensive Push von Edward aufgehalten worden. Und noch siehst, als er aus der Deckung rausgeht, sofort gepickt. Oh, das war schön von Schocks. Ja, der hat aber auch genug Zeit. Beide blind. Holst den noch. Noch mal rüber. Bekommt er... Ne, den bekommt er nicht mehr. War nur das 3K. Ja, da kann er sich auch freuen. Das war wieder gut von G2 dagegen gehalten. Man merkt einfach hier auf Overpass, sie fühlen sich wohl. Und es ist auch eine gute Map von ihnen. Also ich hätte immer als Gegner Respekt, wenn ich gegen G2 spielen würde. Ich glaube, ich hätte gar keine Lust, Overpass zu spielen. Weil einfach dieses individuelle Spiel Richtung Mitte, Richtung Sumpf, was mal sehr aggressiv ist, mal defensiv, ist halt sehr variabel und unberechenbar. Und man sieht es auch hier jetzt. Man deckt wieder etwas defensiver und versucht den Sumpf einzunehmen. Und das ist halt mega schwer für Navi gegenzugehen mit ihrem langsamen Spiel. Weil die halt jetzt absolut gar keine Ahnung haben, was G2 vorhat. Ich soll jetzt mal über die Mitte gehen. Hat nur Pistolen dabei. Eine Smoke und eine Flashbang. Und KennyS kriegt direkt die Info. Der muss sich jetzt zurückziehen. Der Ballertarum ist die Smoke rein. Schönes Backup direkt von Apex. Die haben keine Info Richtung kurz bekommen mit ihrem Tower. Das heißt Apex zieht direkt wieder hoch. Und die decken halt so gut Richtung Sumpf. Da hat Guardian überhaupt keine Chance. Jetzt stehen zu zweiter bereit. Da wird noch nachgegangen. Und das war dann ein bisschen zu sehr in die Falle reingelaufen. Denn die G2 sich etwas anders positionieren müssen. Oder das Ganze auflösen. MPK ist angesagt worden. Hat aber kurz noch blocken können. Jetzt weiß er, dass vom Monstergang auch was kommt. Und dann geht er lieber zurück ins Wasser. Da hat er noch ein bisschen Backup. Von den Fässern dann noch der eine Kill. KennyS hat noch Seas geholt. Jetzt ist es nur 1 gegen 2 für Simple. Er müsste 3k machen, um die Runde für sein Team zu klatschen. Und ein sehr schöner Shot gegen KennyS. 35 Sekunden. Und er nimmt sich wirklich die Zeit leise über den Monstergang. Noch mal Richtung Construction zu gehen. Das kann er machen. Aber dann läuft es am Ende halt wieder auf 10 Sekunden oder so hinaus. Wenn er hier nicht aufpasst. Jetzt sind wir bei 20. Dann langsam Richtung Kurzhoch. Hinter jeder Ecke könnte der Gegner lauern. Jetzt die Bombe aufgehoben. Und er sieht ihn. Er weiß wo der Gegner ist. Das heißt jetzt kann er erstmal legen. Nur angefakt. Und er kann es da nicht holen. Das war eigentlich gut gespielt. Der Bombenpland wäre vielleicht nochmal wichtig geworden. Wegen dem Geld. Aber klar geht er hier lieber auf einen runden Sieg. Und sein Unfaken hat an sich funktioniert. Nur muss er das Duell am Ende gewinnen. Und da fehlen ihm die HP. Schlicht und ergreifend. Taktische Pause bei Navi vielleicht mal um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl die wird nichts bringen. Keine Ahnung. Ich finde einfach hier auch G2 taktisch überlegen. Das Spiel läuft komplett für G2 in die Hand. Also bisher habe ich keinen Akzent gesehen, der annähern lässt, dass Navi hier irgendwie eine Schnitte sieht auf Overpass. Also gefällt mir bisher gar nicht. Und da bin ich echt mal gespannt. Nuke wird halt... Und ich habe fast das Gefühl, dass sich Navi mit diesem Overpass-Pick ein bisschen vergambelt hat. Total. Es sind halt jetzt noch zwei Runden. Es könnte ein echt schnelles 2-0 werden. Ich bin halt echt auf Nuke gespannt. Vielleicht ja auch noch ein Comeback von Navi auf der CT-Seite. Ja, alles möglich auf Overpass. Ja. Ich nehme aber an, dass Street 2 sehr viel Momentum mitnehmen wird in die zweite Halbzeit. Es ist so wichtig, dass Navi hier zumindest noch das 11-4 holt. Die sind hier nochmal ganz gut ausgerüstet mit AKs. Aber nur sehr wenig Granaten und Penny steht bereit. Aber der verschießt ein zweites Mal. Smoked sich da lieber Anna Lang ab. Versucht durchzukommen und wird gepickt. Und jetzt geht es noch ein bisschen schneller Richtung an. Das funktioniert wunderbar. Nochmal zwei weitere Entries von Edward. Der Elevator-Spieler ist gesehen. Und Body und Shox haben jetzt ein riesen Problem. Weil auch die haben nicht viele Granaten. Die Runde eben war für beide Teams sehr teuer. Und sie gehen lieber saven. Möchten diese beiden Waffen dann in der letzten Runde spielen. Und Tatsache, Navi schafft es noch eine dritte Runde zu bekommen. Und die vierte könnte gar nicht so schwer sein, wenn wir auf das Geld von Street 2 halt jetzt achten. Ja, warum nicht gleich so, dass man einfach mal schnelles spielt. Große Frage. Ja, aber du hast ja schon so Präferenzen merkt, dass Apex Richtung Lang beziehungsweise Richtung Toilette eigentlich ziemlich leicht rausgeholt werden kann. Kenny S sich da sehr schnell zurückzieht. Ja. Und da hätte man einfach mal Gas geben können. Das Ding ist, dass T2 normalerweise so ein richtig krasses Alang-Setup spielt. Ja. Und das haben sie hier gar nicht gezeigt. Das merkt man, sie haben sich vorbereitet einfach. Sie wissen, was Navi hier spielt. Weil das ist gut gegengegangen. Vielleicht wissen sie auch, mit was Navi rechnen kann. Ja. Und deswegen stellen sie sich einfach ein bisschen anders auf. Macht es für Navi jetzt echt nicht einfacher. Also letzte Runde der ersten Halbzeit. Navi braucht noch mal ein bisschen Energie hier. Diese zweite, jetzt mal eine Folgerunde zu holen, wäre halt echt nice. Weil das würde dann auch ein bisschen Momentum bedeuten. Oh, ein Apex hat richtig Bock. Durch die Smoke geflasht worden. Er macht super viel Schaden gegen Guardian. Aber halt keinen Kill. Und so ein Frack nimmt Navi natürlich gerne mit. Ja, wir haben bisher Guardian noch gar nicht an der AWP gesehen. Ich glaube, eine Runde oder zwei Runden hat er in der AWP. Aber ja, die Möglichkeit, die in der AWP zu nutzen, hast du fast gar nicht gehabt bisher. Also bisher eigentlich immer, würde ich fast sagen, so vom Spiel her, eher auf Rifle bedacht. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Weil er bekommt ja, oder man hat es ja gesehen, dass er fast gar keine Möglichkeit bekommen hat, als er die AWP hatte, da auf den Pick zu gehen. Jetzt gibt es hier einen Offensiv-Push. Also sind wir echt überraschend. Boah, da steht man halt voll gegen Ceased. Und das sollte es auch die Runde gewesen sein. Vierte Runde wahrscheinlich hier nochmal für Navi. Wenn Buddy hier nicht komplett ausrastet. Der ist aber jetzt komplett, ja, direkt aus dem Leben genommen worden. Dann ist noch ein BK mit einer Pistole. Und sein 100 HP. Und das war's. Da könnte ich Edward drum. Also aiming sind es doch noch. Gute Runde von Navi. Damit haben wir hier vier Runden. Für, ja, die vielleicht wieder aufstehenden. Werden wir wahrscheinlich gleich nach einer Pause erfahren. Holen wir euch was zum Frühstücken. Vielleicht noch einen Kaffee. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur zweiten Hälfte zwischen Navi und G2. Bis gleich. 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 Navi gegen G2 ist die erste Begegnung dieses Playoff-Tages, dieser Viertelfinalspiele und auf Overpass im Map-Pick von Navi führt G2 mit 11 zu 4 zur Halbzeit und mit Hinblick auf die zweite Map könnte das wirklich eine kleine Vorentscheidung sein. Ja, könnte es sein. Die Leute freuen sich auf jeden Fall. Wir haben schon das Krokodil gesehen und den Beachball. Also die Stimmung stimmt auf jeden Fall. Hier wurde gefragt wegen Hallensound. Müssen wir mal gucken. Wir kriegen halt nur die Info. Ich hab's weitergegeben. Du hast weitergegeben? Das ist Einsatz, mein Lieber. Das ist Einsatz und genau so ein Einsatz muss jetzt auch von Navi kommen, dass das Spiel hier nochmal spannen wird. Das ist der 11 zu 4. Oh, Simple und Guardian und Edward. Da gibt's einmal das Triplett da. Richtung langen Bombe draußen. Apex ist da zwar durch, jetzt sind wir aber komplett verteilt. Verliert hier jedes einzelne Pistol-Duell. Und der NBK. Ja, was will der noch machen? Hat eine Glock dabei. Ja, und verliert. Flawless Pistol-Round für Navi. Geile Shots. Sehr vielversprechender Start in die zweite Halbzeit. Auch das kann aber nochmal gebrochen werden, wenn man nicht ganz gut aufpasst gegen diesen Forceball, den G2 vielleicht spielen wird. Sie hatten keinen Bombenpland. Noch nichts gekauft. Oh, sie kaufen gar nichts. Niemand investiert. Das ist die dritte Runde Galil. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Klar, da kann auch immer noch was anderes kommen, aber im Normalfall auf der T-Seite sollte das die Galil-Runde werden in der nächsten. Natürlich ist diese Runde jetzt sehr schwer für G2 zu holen. Und es ist auch sehr schwer, Schaden zu machen. Und für Navi ist es wahrscheinlich einfacher als gedacht. Die nur zweimal OMP haben. Und dann sehen wir, wie ernst sie das nehmen. Was ich da noch eingehen möchte, ist, dass die Statistik bisher im Turnierverlauf zeigt, dass überraschend viele zweite Runden nach Pistol-Round-Win geholt werden. Circa 85% jetzt ohne diese beiden Pistolen-Runden hier mit eins berechnen. Was? Die Teams stellen sich auf Pistols ein? Ja. Das ist ja unglaublich. Nach der langen Zeit ist das wirklich unglaublich. Das heißt, die Pistols sind ja gar nicht OP. Ah, jetzt machen die UMPs ein bisschen viel Damage. Zumindest die von Simple. Oh, ja. Edward. Was war das denn bitte? Ja, da ist die Munition leer. Da muss er nochmal in die Deckung gehen. Ja, man bleibt noch auf lange Distanz stehen. Und dann wird hier weggetappt. Ja. Ich glaube, der hat Schoxi schön so das Baguette umgeschnallt. Aber sehr interessante Statistik. Und ich finde es auch gut so. Kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass manche Teams ihre Meta ändern und jetzt hier in der zweiten Runde nicht mehr kaufen. Was auch ganz cool ist. Das haben wir jetzt nicht nur einmal gesehen, sondern minimum viermal in diesem Turnier bisher. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass du die Möglichkeit hast, da so zwei Wege zu wählen. Und so gibt es hier Galil-Action. Das ist ja fünfmal Galil. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist schon ewig her. Vor dem UMP-Nurfer das fünfmal UMP gewesen. Da hätten wir jetzt noch mehr Granaten drin. So, Apex und Body. Also vermute ich jetzt ist da jetzt auch wieder... Ähm... Einfach nur mal so gesagt, aber UMP war halt echt die Wahl vor Galil und Farmas, bis sie halt so wenig Schaden gemacht hat. Und zack, es funktioniert. Sehr schnelle Alarmkontrolle von G2. Erstes Duell gewonnen. Und dann hat es direkt mal simpel erwischt. Sie sind noch sehr verteilt bei G2 auf der Map. Das heißt, sie können jetzt erstmal Navi ein bisschen rotieren lassen. Eventuelle Rotationen abfangen. Das ist aber ein bisschen schwierig auf Overpass. Und vielleicht jetzt erstmal jemanden in Construction reinschicken, aber sie verlieren Apex an Erlang. Hat Galil-Action noch eine Waffe vor sich liegen? Ja, das ist die Waffe von Simpel. Also das ist gut. Weil er kann ja theoretisch auch nochmal auf die M4 wechseln. Eigentlich wie auf dem Präsentierteller. Muss jetzt aber kurz hier mit der AWP was aufzumachen. So, das klappt hier nicht. NBK steht da schon bereit, mit seinen Mates jetzt einzugreifen. Sehr schöner Shot da von Candy S. Oh, der kann sich direkt eine AWP nehmen. Die liegt ihm ja wie auf dem Präsentierteller. Da entscheide ich aber erst... Äh, jetzt entscheide ich für die AWP. Dann ist da einen Frack gemacht. Direkt belohnt, AWP mitgenommen. Ja, und was will Navi jetzt machen? Die haben eine 4 gegen 2. Und ja, die können alle Waffen, oder fast jeder nimmt eine M4 mit. Also komplett abgegradet. Noch die AWP dazu. Eins, der so ein bisschen mit Galil noch rumlaufen muss. Das ist Shox. Ich glaube, die Möglichkeit wird ihm auch nicht mehr gegeben. Flamey und Seast werden da nicht mehr sich irgendwo zeigen. Die sind auf geheimer Missionen, bringen ihre Waffen in die nächste Runde. Kann man wenigstens nochmal kaufen. Es hat einen Vorteil, dass G2 hier gerade zwei M4s mitnehmen konnte. Auf der CD-Seite wird häufig kein Helm gekauft. Und die M4 ist, wenn sie gegen den Gegner ohne Helm steht, sehr, sehr gut. Oh, und da zeigt die Seast nochmal. Aber er kommt noch weg. Also da wird es keinen weiteren Tod von Navi geben. Ja. So, und Kerrigan schreibt, er ist überrascht, dass Navi nicht auf Train geht. Große Chance für G2 da auf ein 2 zu 0 zu gehen. Wenn Navi jetzt nicht zeigt, was sie können in der zweiten Halbzeit. Und sie haben direkt halt mal die erste Waffenrunde abgegeben. Aber es reicht, um nachzukaufen durch diese Flawless-Anti-Eco in der zweiten. Du musst Kerrigan aber auch recht geben. Ich bin auch sehr überrascht. Also, dass man echt Overpass gegen G2 spielt, ist halt schon eine Ansage. Ja. Kann man auch machen, aber muss jetzt nicht so in der Playoff-Phase sein. Finde ich keinen guten Pick eigentlich. Aber naja, die haben sich bestimmt irgendwas da überlegt. Vielleicht geht es am Ende ja noch auf auf der CT-Seite. Auf jeden Fall jetzt erstmal das 12 zu 6. Also Navi hier noch mit der Chance, auf jeden Fall im Game zu bleiben. G2 ist jetzt noch nicht über alle Berge. Ja, und Schox macht hier den Edward. Oder nee, er macht den Seast unten in der Ecke. Ja, einfach stehen bleiben, abwarten, ob da jemand kommt. Body. Geht langsam nach vor. Triple Nate in die Toiletten rein. Dann wollte es simpel rumziehen. Ach, so bitter, wenn da der Gegner noch mit 10 HP stehen bleibt. Wir haben auch überall Helme bei Navi. Also haben auch gut aufgepasst, dass da halt so viele M4s jetzt im Team von G2 unterwegs sind. Und Edward hat eine Lücke gefunden. Wird jetzt einen einfach bekommen. Er sieht Schox und jetzt erstmal natürlich auf den hier vorne gehen. Er wechselt jetzt. Er ist auf die M4s ganz gut gemacht. Und da zieht gerade niemanden den Underground hinterher. Sie flashen Schox da nochmal. Und der kommt nicht raus. Der ist durch die Sprünge hängen geblieben. Guardians Offensiv-Pusher an Kurz auch nochmal belohnt worden. Und ruckzuck wird dieses 4 gegen 5 zu einem 4 gegen 2 für Navi. Sehr schön gedreht. Aber sie wissen, dass Garlin hier noch irgendwo stehen muss. Das war jetzt reines Ausschlussprinzip für die Position. Kenny kommt noch hinterher. Das kann immer noch gerettet werden. Aber 8 Sekunden. Das ist zu wenig Zeit. Trotzdem wichtiger Kill. Der geht direkt auf den Plant. Das reicht noch. Der Plant geht noch durch. Aber über kurz ist schon Flamie da. Äh, Edward, Entschuldigung. Flamie hat den Kill von Alain gemacht. Kenny, der geht daneben. Gut reagiert von Navi. Aber das hätte fast noch die Runde für G2 werden können. Ja. Nice try. Oh, das ist aber interessant, wie Kenny Esther spielt. 4-3 Blackbars, meinst du? Ja, oben auch noch abgeschnitten. Hast du gesehen? Das können ja am Monitor liegen. Ja, genau. Der hat diesen BenQ-Monitor. Und hat einfach komplett abgeschnitten. Du kannst ja beim BenQ, kannst du es ja einstellen. Auf die Größe. Ja. A Brand by BenQ. Ja. Die Details. Ja, die Details. Wollen ja die Marke nicht niederreden. Ja. Aber im Endeffekt ist es ein BenQ-Monitor. Nee, aber du kannst es ja einstellen. Ich fand es nur gerade sehr interessant, wie Kenny S mit, was für einem Mikro-Build der spielt. Das ist ja mega klein. Ja, wenn du direkt einen Window-Modus auspacken kannst. Ja. Nächstes Mal Fenster, bitte. Kann er auch noch nebenbei irgendein Browser-Game zocken. Ja. Aber nice try. Nochmal von G2. Ja. Eröffnet schön den Spot. Kenny S hat da halt eine sehr schwierige Position hinter der Smoke. Ja, und findet halt den Spieler da nicht Richtung Toilette. Werden aber sowieso gerefractvollen. Also die Runde für ihn da zu machen. Sehr, sehr schwer. So, und diesmal gibt es einen Tower. Ich liebe diesen Turm. Oh, den hat man aber gut auf dem Schirm. Sehr gut von G2. Ich habe halt echt den Turm abgezielt. Ja. Kenny S wartet schon, dass er da seine Chance bekommt. Und der MPK will den Track nicht teilen. Geht halt vorher rum. Oh, da ist der Anzug. Das ist halt bitter für Kenny. Weil wieder richtig abgezielt von G2. Also sie wissen, es ist zwar genau gewusst, wie Navi, nachdem sie diesen Turm verlieren, wie sie da nochmal reagieren. Das ist echt ein schönes Spiel. Guter Gegenturm, allerdings auf der Kiste vom Spot. So holt man das 4 gegen 4 raus. Und Guardian an der Lang. Er spielt die Position hier auch meistens sehr solide. Die Guardian-Jumps sind an dem Van ja auch nach ihm benannt. Kenny S weit vorne, Body an der Tech-9. Sehr gut in Position gebracht, kommt nah dran. Wenn Guardian hier nicht trifft, dann wird er von der Tech-9 zerschossen. In Kurzrichtung Lang macht den Fractor gegen die Bombe. Kümmern sich jetzt um Lang. Aber Apex nimmt da sein Maid raus. Jetzt steht Guardian erstmal hier alleine. Oh, der schießt vorbei. Trotzdem. Erstmal die Putz-Situation. Siehst du, hat aber nur noch 20 HP. Und Edward. Ach, diese Namen manchmal. Flamy. Flamy steht hinten bereit. Nennen wir ihn einfach Igor. Igor. Und das war es mit Igor. Und das war es mit Dennis. Echt gut geschossen gegen Flamy da von Apex. Weißt du, was mich halt daran verwirrt? Du siehst den ersten Buchstaben unten. Und dann kommt hier direkt Edward ins Gehirn. Das Passer-Hirn schaltet sehr schnell. Ja. Und dann halt falsch. Ja. Weil das halt so oldschool ist, wie es früher stand bei SK Gaming. Ich finde es eigentlich sehr schön, wie Navi das macht. Es wirkt sehr professionell. Ja, früher hat das sehr professionell gewirkt. Hab SK ganz früher nicht damit angefangen? Ja. SK Gaming war das. CPL haben die damals angefangen, ihren Namen hinzuschreiben und ihre Nicknames in Klammern. Finde ich sehr cool, sowas. Weil das macht das Ganze ein bisschen persönlicher, weil man auch die Namen von den Spielern sieht. Man versteckt sich nicht mehr so hinter dem Nicknames. Nur SK Gaming hat das, glaube ich, umgekehrt gemacht. Die haben ihren... War das? Ne, ich glaube doch nicht. Doch, die haben ihren Nachnamen ausgeschrieben, glaube ich. Also noch professioneller, höflicher. Kannst den Nicknames auch direkt weglassen. Den sieht dann eh keiner mehr. Okay, wir sehen eine ECO vom Navi. Sollte also eine recht einfache Runde werden. Vor allem, weil in der ECO auch nichts an Pistolen dazu gekauft wurde. Das sind halt wirklich nur USP, P2000. Drei Leute, die ja lang durchgehen. Oh, und Kenny zweimal verschossen. Und dann kriegt er direkt ins Gesicht. Simpel gerefragt. Eine recht einfache Runde könnte hier nochmal sehr gefährlich werden. Auch da nochmal ein Headshot. Aber NBK hat hier noch zwei verteilt. Jetzt das 1-on-1. Und Guardian weiß, wo der letzte ist. Das könnte Tatsache eine Full-Eco-Win für Navi-Wert. Und sie schaffen es. Guardian. Sie holen es. Wahnsinn. Da denkst du, das wird eine super easy Runde für G2. Und dann lassen die sich von USPs und der P2000 einfach ins Gesicht schießen. Ja, so schnell kann das kippen. Da darf G2 nicht so reudig mit den Runden rumspielen. Das war echt reudig. Also wie kann man sowas abgeben auf Overpass? Da hast du auch noch die lange Distanz, wo du eigentlich den Vorteil hast. Ich verstehe sowas auch auf einem Cobblestone, auf einem Train. In einem Nuke. Ja, wo man sowas verlieren kann. Aber auf Overpass, weil du halt diese langen Distanzen hast. Das war gut gespielt im Positioning von Navi. Und dann hast du halt Guardian in der AWP und dann ist es halt vorbei. Joa. Da sind sie von G2 aber auch noch alle schön reingerannt. Ja. Nachdem die ersten zwei da gefallen sind. Ich glaube, man hat erstmal taktische Pause genommen. Ja, da muss man sich erstmal erholen. Da muss man sich erstmal erholen nach dem Schock. Ja. Da hat man erstmal drei Sekunden Timeout genommen und durchatmen. Ich meine Guardian dann auch noch die AWP zu geben. Das ist so ein bisschen die Löwenfütterung. Ja. Die dann stattgefunden hat. Ah ja. Und dafür hat man jetzt keine Waffen. Oh, das ist halt so krass. Das ist gerade ein Game Changer gewesen. Das ist die Abrechnung für ein bisschen zu Creedy reingehen und sich wegsnacken lassen. Wie ich heute Morgen meinen Maxi-King gegessen habe. Geil. Der König. Ah, okay. Wir sind Construction-Kontrolle recht früh auf B aufgestellt. Vier Leute allerdings von Navi auf dem B-Spot. Die vermuten es richtig, dass jetzt vielleicht so ein Tech-9-B-Rush kommt. Wobei nur eine Tech-9 dabei ist. Ah, dann zieht man rum. Gut in die Smoke reingehalten. Seast muss da natürlich ein bisschen variieren. Und am Ende ist es ein Triple-Kill von Seast. Sehr solide Runde von Navi. So sollte das gegen Ekos aussehen. Und hier hätte ich sogar gesagt, ich verstehe es, wenn man die verliert. Weil halt Pistol Kevlar auch ein effektives Mittel ist. Um Runden zu holen. So, da sehen wir nochmal das Replay. So, Seast. Sprayt da schön seinen Regenbogen raus. Und dann ist es hier nur noch die Pistol, die das Ganze entscheidet. Ja, damit heißt es bei Apex und Co. Ab in die Eco. Die müssen jetzt voll sparen. Die kaufen nichts. Absolut gar nichts. Gehen hier über die Mitte. Dritte Runde, Gali. Ah, warte. Warte, jetzt bin ich wieder falsch. Und das ist gut für das Geldpolster von Navi. Wir sind Guardian mit 8000. Also gut war halt, dass sie halt diese komische Full-Eco da gewonnen haben. Das ist halt schon Geldpolster gewesen. Dann nochmal ein Flawless. Und jetzt die Runde. Also das ist gut Geldpolster, was Navi jetzt natürlich ausnutzen kann. Ein Segen für die Teambank. Und da ist es wieder fast eine Flawless. Also das Geld sollte langsam aber sicher hier ansteigen bis zum Höhepunkt. Navi ist noch da. Also jetzt 13,9. Guck mal, da siehst du wie viel drei Runden ausmachen. Richtig. Das ist super viel Geld. Aber es ist halt Eco gewonnen, wo du echt schon Geld zurückgelegt hast. Auf einmal kriegst du den Winner-Bonus. Ja. Und dann halt eine Flawless hinterher, eine Viererrunde hinterher. Ey, ist halt echt. Aber so ist es immer... Das ist für die CT-Seite jetzt echt komfortabel. Ja, komfortabel ist vielleicht ein bisschen krass gesagt. Aber sie... Ey, guck mal, wie sie das Spiel jetzt an sich reißen wollen. Offensiv mit zwei Leuten in der Mitte. Molotov hin und die machen einen Gegen-Boost hier. Wie geil ist das denn? Und die machen den Kill nicht. Und verlieren beide Spieler in der Mitte. Oh, was ein nice try. Oh, das ist so gut. Und warum trifft man den dann nicht? So, nice try. Jetzt sitzt der Spieler da oben auf der Box und G2 schlägt hier wieder zurück. Die wollen das Game nicht aus der Hand geben. Aber wenn Navi es versucht hat, sich an sich zu reißen, das war so nice eigentlich in der Situation. Und dann wird halt auch perfekt von G2 geschaltet, dass man halt oben das Köpfchen sieht und dann halt mit dem einen Spieler rumzieht. Braucht Body überhaupt nicht einzugreifen. Der ist sowieso mit dem Molotov da erstmal disabled. Ja, war gut von G2 drauf reagiert. Aber ich muss nochmal sagen, Navi echt nice try. Ja, ist wirklich gut. Habe ich so noch nicht gesehen. Oh, guck mal, Flamy. Er will es halt nochmal retten. Und dann gerät er ins Kreuzfeuer. Gut getimt die Mitte eingenommen. Von sich, war allerdings auch sehr spät. Jetzt wissen sie, wo Guardian steht. Jetzt muss man halt einfach Gas geben. Jetzt muss man sofort auf den A-Spot. Guardian versucht es noch etwas zu verzögern mit der Flash. Aber das ist halt wirklich ein Verzweiflungsversuch. Und zack. Oh, wie die Nate ihm da noch hinterher fliegt. Die war gut geworfen von NBK. Das müsste also jetzt ein 1 on 5 Ace von Guardian werden. Und er ist halt nah dran. Er hat einen Molotov, er hat einen Fuse-Kit. Er ist halt aber noch abgesmoked. Er muss also ein bisschen warten, bis er nach vorne kann. Aus der Smoke rauslaufen, wäre halt sehr riskant. Und er wartet. Er ist sehr geduldig. Hofft, dass jetzt vielleicht jemand in die Bank reinläuft. Sie sind schon mit zwei Leuten unten auf dem B-Spot. Oh mein Gott, könnte er da zum Ninja-Defuse gehen? Das wäre so nice. Oh, sie checken die Bank halt nicht. Hat er einen Def-Kit? Er hat einen Def-Kit. Er hat einen Def-Kit. Oh, komm schon, auf geht's. Ninja-Defuse. Oh Gott, der Bond. Komm, mach den Bond. Er geht hin und er wird gesehen. Nein. Oh, so schade. Schade, dafür gibt's. Ey, guter Versuch, Mann. Dafür kann man auch mal klatschen. Nice try. Da hätte er beinahe den hinterfeindlichen Linien gemacht. Enemy at the Gates. Ey, ich glaube, wenn er nur eine Smoke hätte, die hätte er irgendwie am Schild an die Wand noch geworfen. Ja, und dann drauf. Und dann einfach drauf, egal ob ihn da jemand sieht oder nicht. Und ja, das wäre ein nice Play gewesen. Aber somit ist es ein nice Struggle jetzt. Weil jetzt hat man 14-10. Man hat zum Glück noch Geld. Ja. Das ist gut. Ja, jetzt kommt das, was man sich vorher erarbeitet hat, kommt jetzt nochmal, spielt jetzt nochmal eine Rolle. Und trotzdem nehmen sie jetzt erstmal das taktische Timeout. Echt, kann man jetzt machen, an sich finde ich, hat ihr Ansatz in der Runde ja funktioniert. Wenn man da ein bisschen besser schießt, ein bisschen mehr Ruhe bewahrt, dann überrascht man G2 so weit, dass die gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Okay, also die ESL versucht gerade irgendwas einzubauen in diesem Clean Feed. Und zwar auf einmal sind da Spielerbilder und unten waren irgendwelche Anzeigen. Also das ist jetzt hier eine Erweiterung, die gerade von der ESL implementiert wird. Das ist der erste Tag in der Arena. Das heißt, da wird jetzt hier noch nicht alles ausgepackt, was man da vorbereitet hat. Das muss man auch mit Häppchen sehen. Beim Finale dann. Da gibt es dann das Hauptgericht. Das ist jetzt erstmal der Aperitif. Also wir kriegen auch noch Spielerbilder, so wie es aussieht direkt. Das ist hier aber Vollgas. Wie viel visuell dann hier abgeht. Unten Bilder von den Teams, dann Spielerbilder. Und da gibt es erstmal einen Tower. Den Tower finde ich eigentlich cool, weil der ein bisschen weiter weg ist, dass man noch einen Fokus unten Richtung Pillar haben kann. Auch leicht erhöht. Ja, finde ich sehr gut. Und auch nicht so leicht abzuschießen, weil du halt jetzt nicht close an diesem Holz stehst. Das ist sehr, sehr cool. Und dann halt perfekt gegen Kurz gegangen. Endlich hat er sich so positioniert, dass er erstmal nicht gespottet werden kann, wenn die Tür aufgeht. Sehr cool. Jetzt versucht man halt darauf zu reagieren, dass G2 das wirklich abzielt an der Position. Und jetzt könnte man sogar die Info haben bei Navi, dass da echt nicht probé ist und vielleicht dann auch mal einen dritten Spieler hochschieben. Gute Position da in den Toiletten. Simpel lenkt noch ein bisschen wenig Richtung Kurz ab. Das kann immer noch kommen. Seas versucht etwas off-angle die Position einzunehmen. NBK hat es jetzt nicht getrackt, aber Seas finden sie dann trotzdem. Viele Smokes auf dem Spot. Man flägt jetzt hier NBK durch. Aber da steht Edwin, der kann Doppelkill machen. Simpel noch mal ein, dritter Kill für Edwin. Und Simpel auch im zweiten. Full House für die beiden. Und Navi ist drin. Navi ist dran. Navi auf dem Weg zum Comeback. Es war jetzt schon ein steiniger Weg. Jetzt haben sie nochmal ein Reset bei G2 hervorrufen können. Oh, Navi will nicht aufgeben. Ja, und sehr gut. Das ist beeindruckend. Und das ist auch gut. Also, was ihnen so ein bisschen das Leben rettet, sind diese drei Runden, die sie da am Stück geholt haben, wo sie halt kaum Geld verloren haben oder fast gar nichts ausgeben mussten. Das rettet ihnen so ein bisschen das Spielgrad. Das ist echt so ein Game Changer gewesen, wie du schon gesagt hast. Und jetzt soll es die Doppel-AVP sein. Mal schauen, ob Simpel und Guardian hier mit der AWP glänzen können. Jetzt gibt es erstmal kein Geld bei G2. Das heißt, Navi könnte hier ruhig auch nochmal so eine Flawless machen, was wieder gut für das Geld vollste ist. Oh, der Headshot ist jetzt gut gegen Simpel. Zieht sich jetzt Richtung Lang zurück. Guardian muss jetzt das Backhand-Team spielen. Echt eine Doppel-AVP auf A-Spot. Und da haben sie ein Riesenproblem, weil er gut überpusht wird. Und sie machen immer noch viel Schaden. Guardian bekommt da noch einen. Aber trotzdem, drei gegen eins Situation. Kenny Essen will da noch auf den Kopf spucken. Reicht dir aber nicht. Ja, aber das ist halt anfällig. Für sowas ist man anfällig, wenn man Doppel-AVP spielt. Und die wird man, glaube ich, auch wieder mitbringen. Ja, macht man auch. Das könnte G2 vielleicht jetzt nutzen, wenn Navi hier nicht umstellt. Navi wird umstellen. Wir sehen Simpel. Oh, ist das Guardian? Okay, sie gehen beide an. Aber sie stellen echt nicht um. Ja, aber sie gehen offensiv diesmal. Ja, das könnte Bait sein auch. Nee, war kein Anschluss, oder? Kenny Ace auf 79? Ich glaube, er wurde angeschossen durch die Wand. Krass, ans Bein. Ja. Das könnte aber jetzt ein cooler Bait sein, weil eigentlich rechnest du mit sowas nicht, dass du Doppel-AVP spielst, einen vorschickst. An einer Position eigentlich. Ja. Vorschickst und Guardian könnte jetzt hier so einen ziemlich guten Frag bekommen. Aber die nehmen erstmal das Tempo raus. Die laufen langsam Richtung Toilette vor. Fehlt jetzt eigentlich nur noch die Smoke. Verzichten sie aber drauf. Und nimmst den Raum of Contact ein. Ist auch NBK jetzt nachgezogen zum Support. Denkt jetzt weiterhin hier unten ab. Und sie gehen hier sehr mutig erst mal richtig mit. Und das könnte ein ICQ werden. Was ist mit der Flash? Könnte sogar recht zügig ablaufen, das Ganze. Die B-Spiele auch am Monstergang alle positioniert, was das Verschieben nochmal ein, zwei Sekunden länger macht. Das Guardian, ey, guck mal, wie oft der einfach nur geflasht ist. Und sie gehen los. Das Problem ist jetzt, wenn sie wissen, dass Simple da steht, dann können sie einfach den Spot überwenden. Dann haben sie genau das Gleiche, nur mit Waffen, was die letzte Runde hatten. So, jetzt kommt hier Guardian zum einen. Das Guardian macht den zweiten. Guardian will mehr haben. Oh, da hat er kurz eine Fokusrichtung lang gehabt. Macht den dritten. Guardian! Reicht nicht ganz, aber da ist es immer noch Edward. Und sie haben immer noch Simple. Der jetzt hier die neue Position einnimmt, die Guardian hier mit Bravour gehalten hat. Sehr, sehr gut die Frags hier rausgeholt. 3K von seiner Seite. Das ist genau das, was wir von Guardian erwarten hier Richtung A-Spot. Und damit kann man nur noch die Waffe safen bei Kenny S. Ja, Kenny S, das S steht für Safe. Und der tut gut daran, weil jetzt haben wir eine dritte Runde in Folge oder die vierte schon. Hast du das Scoreboard gerade? Ja, das ist die dritte Runde in Folge, die wir verloren haben. Also jetzt wieder 2400 obendrauf. Und da reicht es noch nicht, weil man eben halt wieder runtergekauft hat. Es wird spannend, weil ich glaube, mit einer AWP, da brauchen wir eine Meisterleistung von Kenny S. und auch ein bisschen Glück, dass sie die Runde holen. Navi könnte hier halt echt zum Ausgleich kommen. Und das ist so kurz vorm Ende. Es ist beeindruckend, wie Navi auf der CT-Seite nochmal das Comeback startet. Du hast echt gedacht, nach diesem schlechten Start, den sie auf der T-Seite hingelegt haben, das Game ist so gut wie verloren, weil G2 eigentlich auch ein gutes Team ist, was auf der T-Seite halt brillantes Counter-Strike spielt. Aber hier einmal, dass Navi noch die letzten beiden Runden in der ersten Hälfte geholt hat. Das war super wichtig. Und was hier auch den Unterschied bringt, war diese eine Runde, die sie halt gegen diese Eco da verloren haben bei G2, die halt super, ja, für sie Game-Breaking war in diesem Moment. Und Navi halt nochmal den kompletten Anschluss gibt. Aber das macht Counter-Strike spannend. So muss das sein, sonst hätten wir ja hier 2-0 wahrscheinlich. Oh, da kann auch keiner meckern, dass die Pistolen zu stark werden bei der Runde, die man da bei G2 verloren hatte. Es ist für mich, sollte Navi das noch gewinnen, die wichtigste Runde des Matches gewesen. Body und Kenny S am Underground. Da steht auch noch NBK mit dabei. Sie kriegen Construction-Controller. Sie haben viele Granaten dabei in der Runde bei G2. Versuchen Kenny S jetzt hier in Pick Richtung A setzen zu lassen, wo Guardian ja in der letzten Runde sehr viel auf der Kiste versucht hat und von anderen Positionen. Edward hatten sie da gerade im Visier. Nicht ganz gespottet. Es ist nur eine Vermutung, dass da jemand am Schild steht. Und Kenny verrät sich da mit Absicht. Das soll einfach nochmal zeigen, hey, AWP vor A. Und jetzt rotiert man nochmal runter. Und die Tür ist offen. Da stehen 2 Leute an B. Das kann mit den Tag Nines funktionieren. Und ein Kenny S aus der Backline kann halt auch nochmal für Schaden sorgen. So, Body entscheidet sich übers Monster zu gehen. Oh, die riechen, was abgeht. Die wissen ganz genau, was abgeht bei Navi. Die ziehen sich direkt Richtung Wasser zurück. Und das soll einfach nur abhalten und Zeit rausholen sein. Oh, das ist gut gemacht eigentlich von Navi. Aber die setzen den Schaden nicht. Und da kommen die beiden Tag Nines beziehungsweise noch eine CZ um die Ecke. Guardian ist aber schon da. Und Simple hier auch mit der AWP. Sehr schwerer Retag hier jetzt. Guardian macht den nächsten. Die haben nur noch Kenny S, der mit einer AWP da steht. Aber dieser Retag mit Doppel-AWP ist halt sehr, sehr schwer auszuspielen. Dann ist es Kenny S. Und das ist diese zweite Linie, die hier vielleicht zum Tod führen kann. Kenny S macht den nächsten. Oh, das ist sehr, sehr bitter hier für die Jungs von Navi. Was kann Simple hier noch machen? Das reicht nicht. Ah, da ist der Kurzspieler gerade noch in die Deckung gekommen. Oh. Ich habe Simple da schon klatschen sehen. Ah, so ist es die 15. Runde für G2. Kein Ausgleich für Navi, die noch Geld haben. Aber die dürfen jetzt gar keinen Fehler mehr machen. Das war eine sehr schön ausgespielte Runde von G2 eben. Da kann man Navi keinen Vorwurf machen. Die haben ja schon darauf reagiert, dass es mit zwei Leuten Richtung Wasser... Fand ich auch sehr gut, dass sie ins Wasser gegangen sind. Und dann gibt es halt einmal hier zu zweit zieht man rum mit Pistol. Einfach Vorteil. Tech-9 und CZ. Und dann nimmt man halt noch den zweiten Spieler gemeinsam Wasser raus. Also das war einfach sehr gutes Teamwork. So. Und jetzt baut man sich VB auf. Never change the running system. Hat eben auch schon funktioniert. Kann man nochmal machen. Ein bisschen Stress in der Mitte gemacht. Bombe wird jetzt gepickt. Mal schauen. Navi spielt jetzt auch etwas offensiver. Plus, dass sie einen im Nest haben. Wird schwer für G2 da durchzukommen. Ich finde, sehr viel in der letzten Runde hat ausgemacht, dass Kenny S da an A nochmal einen Schuss abgegeben hat. In der Runde kann es so einfach nicht mehr funktionieren. Ah, und Schox verschießt. Schox ist nicht auf den Punkt. Sehr gut geteiltes Support-Flam. Nur leider war Simple da auch blind. Nee, Simple nicht C's. Entschuldigung. Simple macht nämlich einen Doppelkill. Kenny S hat ihn jetzt gestoppt. Und der ist alleine gegen drei. Kenny also mit dem Versuch zum 4K. Aber ich glaube eher, dass Navi diese erste Map hier auch gut in der Overtime bringen könnte. Der NG2 hat hier wirklich nur vereinzelt Runden holen können. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Gameplan nicht ganz aufgeht, den man sich da vorgenommen hatte. Das Problem ist, sie haben auch nicht viel Geld. Und Kenny S Aufgabe wäre es jetzt eigentlich in den letzten 20 Sekunden, eigentlich die AWP mitzubringen. Boah, die Nate macht nicht den... Die Nate. Sehr gut. Ey, der versucht halt echt nochmal vorzugehen. Vielleicht einfach noch diesen Schaden zu machen, weil Navi hat auch nicht so viel Geld. Und... Er hat drei gesafete Waffen bei Navi. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber was hat jetzt... Was haben sie jetzt an Waffen? Sie haben nichts an Geld. Boah. Die können nicht mal eine AK kaufen. Oh, Mann. Das ist so bitter für G2. Tech-9-B-Rush. Ne, war Tech-9-A-Rush. Wäre jetzt eigentlich geil. So, Underground direkt mit der... Tech-9-Rundlauf, Mann. Navi hat nie offensiv Underground-Kontrolle gespielt. Das heißt, sofern sie jetzt hier nicht umstellen, kannst du da einfach durchgasen. Navi hat die Info nicht, dass du da durchgegast bist. Wenn du dann irgendwie Mitte oben schnell rausgehst, super schnell auf A, kannst du auch eine AWP überrennen. Aber das machen sie nicht. Sie nehmen das Tempo nochmal raus. Hat Simpel, dass die Info bekommen, ist die Tür aufgemacht worden? Ja, die Tür ist auf. Simpel weiß, was da abgeht. Jo, hat ihn jetzt auch gesehen und er macht den Headshot. Starker Schuss da von Simpel. Sehr gut da hochgesprungen und direkt auf dem Kopf drauf gewesen. Echt stark. Ja. Hat die Bombe noch dazu gesehen. Apex bereitet jetzt die Brückensmoke vor. Oh, sie stellen sich auf. Es sieht so gut aus für Navi gerade, weil Navi durch diesen Bomben-Spot halt sehr viel Info hat. Seas zieht mit rum. Sie blocken den Monstergang. Simpel hat die Kurzspieler geholt. Nur Seas fällt und da ist es Overtime in der ersten Map hier in den Playoffs und der Navi-Fan er kann sich nicht mehr halten. Da brechen alle Dämme. Der nimmt gleich die Halle auseinander. Ich meine, ein Comeback ist immer richtig geil, vor allem, wenn es der erste Tag in der Halle ist. Und es ist halt ein starkes Comeback gewesen. Das muss man ehrlich sagen. Navi beweist sich hier doch nicht, beweist sich hier doch, dass sie sich vielleicht nicht vergambelt haben, weil das war doch auf CT-Seite ein sehr gutes Spiel. Viele Probleme für G2. Wiederum, man muss nochmal anmerken, man muss wirklich anmerken, diese eine Runde, die G2 abgegeben hat gegen Pistols, die hätte, hätten sie die geholt, das hätte gereicht. Und Navi wäre halt nicht mehr ins Spiel zurückgekommen. Die hätten wahrscheinlich danach nochmal zwei Runden abgegeben. Oder eine zumindest. Und ja, das ist halt bitter, aber das ist halt Counter-Strike. und jetzt gibt es hier eine Overtime. Haben sie umgestellt von 16.000 auf 12.000? Nee, nee, nee. Okay. Dann habe ich mich verschaut. Also kannst, wenn du alles kaufst, investierst, also um die 5.000, 6.000. Ja, und Navi startet auf ihrer stärkeren Seite. Könnte jetzt auch ein Vorteil sein, dass man hier direkt vier, fünf Runden holt. Äh, vier, fünf Runden, drei Runden holt. Sorry. Und dann hier direkt den Mann im Hause markiert und die Map holt. Weil das ist gut für Navi, weil ich sehe immer noch schwarz auf Nuke. Aber vielleicht überraschen sie uns da auch. Wer weiß. So, erst mal ein bisschen klassisch und simple eingemacht. Was war das für eine Flash? Es war eine Support Flash für simple, ey. Die hätte fast gepasst, aber es reicht nicht für zweiten. Guardian hat jetzt noch Body geholt und das war gerade der Bombenträger. Wieder dieses Doppel-AWP-Setup an A. Das ist so, das habe ich so noch nie gesehen, dass man zwei AWPs an den gleichen Spot stellt. Ich habe es nur bei G2 gesehen, aber auch nur einmal. Das ist jetzt, bei Navi ist das halt so situationsbedingt halt gut, aber ich finde halt durchgehend. als durchgehender Wall da auf A. Schox hat da eine Lücke gefunden. In dem Moment, wo Seas durch den Monstergang ist, ist er an Kurz vor. Auch in 23 Sekunden, wenn der noch zehn Sekunden mehr hätte. Das wird so spät. Jetzt wollen sie auf B gehen und das wird Seas dann einfach aufhalten. Den ersten hier gestoppt, den zweiten gemacht und da hatten sie sogar auf dem Schirm, dass Schox durchgegangen ist. Oh, da freuen sie Navi-Fans. Die wachen auf. Zurecht, zurecht. Das ist wirklich gut gespielt von Navi. Achtung, Überlänge. Fun Fact. Shit got ein T-Shirt, wo das draufsteht. Auf jeden. Ich habe auch ein T-Shirt nicht vorm Brückenrand springen. Also, wie dieses... Was steht da? Nicht übersteigen oder so. Nicht übersteigen. Nicht auf die Mauer steigen oder so. Ja, solltet ihr nicht tun, weil sonst gibt es eine Wackbahn. Boah. So hart bestrahlen jetzt. Aber nochmal ganz kurz auf, weil wir jetzt gerade bei den Themas nicht übersteigen sind und bei diesen Boosts, weil das wurde ja damals eingeführt wegen diesem Olof-Boost. War das nicht sogar bei der ESL One? Nee, aber es war bei irgendeinem anderen ESL-Element, oder? Das war Dreamhack... Echt, war das Dreamhack? Ich meine, es müsste eine Dreamhack-Winter gewesen sein. Ja. Das war die Dreamhack-Winter, wo sie dieses zum ersten Mal so ein fast so ein Center-Stage hatten. Ah, okay. Da war das. Ich bin mir sehr sicher. So viele Turniere. Aber so Sachen bleiben die natürlich im... Das war Fnatic gegen Envias. Ja. Und Fnatic hat im Nachhinein gesagt, weil man über Nacht entschieden hat, dass... Es war noch LDLC, oder? LDLC damals noch. Genau, ja, stimmt. Ja, das war noch Zeit. Ähm, die wurden dann zu Team Envias, meine ich. Ja, genau. Nach dem Sieg. Und die... Da hat man eigentlich über Nacht entschieden, dass die Map wiederholt wird, wegen Pixel-Walking. Ja. Und Fnatic hat dann sehr Sportsman-like gesagt, sie spielen nicht. Sie sagen, sie geben den Sieg an LDLC ab. Und LDLC ist dann später Major-Champion geworden bei dem Turnier. Also das ist, ähm... Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. E-Sport-Geschichte. Schön, dass es Fnatic gefunden hat, weil die wurden danach extremst geflamt. Hier das andere Team wäre wahrscheinlich gefeiert worden. Äh, ich glaube, es gibt auch viele, die das gefeiert haben, weil es halt ein richtig krasser Grind ist, sowas rauszufinden. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber, naja. Ist halt unfair für ein Turnier. Ist... Ja, es ist ein zweifneidiges Schwert, wenn man es objektiv betrachtet. Aber wir sollten uns wieder um das Spiel kümmern, und wir haben noch 40 Sekunden. Bisher ist noch kein Kill gefallen. Simple hat ein sehr gutes Gefühl dafür. Guck mal, wie der das Holz da zerschossen hat. In echt wäre dieses Holz nicht mehr existent. Und, äh, hier kannst du nicht mal durchgucken. Simple, wie der... Der hüpft da die ganze Zeit rum. 25 Sekunden. Jetzt kommt der Go. Er positioniert sich vorne an den Sandsäcken. Siehst. Wird gezwungen, seine Position nochmal zu wechseln. Sehr schöner Molotov. Simple. Guter Klick dagegen. MBK. Drückt auch noch. Apex ziemlich low. Und jetzt kann Flamy die Runde entscheiden. Zehn Sekunden am Spot. Er hat die Bombe durch. Und 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 dritten. Flamy. Da hilft noch Guardian aus. Ganz stark von Flamy gemacht. An der Säule. Da kommt die goldene Kreditkarte. 2-0. 2-0. Na, wie es könnte das 3-0 werden. Ey, die dominieren gerade so gut auf der CT-Seite. Die geben G2 keine Möglichkeit in Richtung Spot durchgehört. Die haben sich warm geschossen. Wie gut ist das von Flamy da gespielt in der Situation? Richtig stark. So, jetzt wird das Eis dünner für G2. Und wer hätte es gedacht, der Risikopick geht hier vielleicht auf. Sie können vielleicht hier die SMF für sich holen. Und dann ist es halt genug. Und das wird halt sehr, sehr interessant. So, jetzt findet Flamy den Ersten. So, Apex macht den Frag das gleiche Gefühl für Body. Damit hier der Spot gefallen. Sieht nach 2-1 aus. Jetzt liegt es an Simple. Der hat eine M4 in der Hand. Oh, er will ja dann auf die Smoke gehen. Support Slice. Auf geht's. Na, der geht Richtung Wasser. Nie überhaupt, nur mal safe. Und er versuckt über die Flanken. Reizfalle. Macht den Frag. Jetzt findet er die Bombe. Die Schläge. Nur mal für G. Die Super-Frag von Simple. Und jetzt ist es halt hier die 3-gegen-zwei-Situation. Simpel. Reißt das Ganze auf. Und jetzt geht man zu zweit Richtung Pillar. Die Support Slice kam gut. Und die stehen komplett offen. Die wissen gar nicht, was gerade passiert bei G2. Super stark von Navi hier den Retake runtergespielt. Und Navi ist zumindest auf dieser CT-Seite, die sie gespielt haben, auf Overpass. Navi ist back. Zumindest auf dieser Seite und auf dieser Map. Oh ja, und jetzt ist der Druck natürlich groß bei G2, die so nah dran waren, diese erste Map zu gewinnen. Den Map-Pick von Navi. Sie müssen ebenfalls eine perfekte CT-Seite hinlegen. Eine einzige Runde auf der T-Seite reicht Navi aus, um ihren Map-Pick zu gewinnen. Und danach würde Nuke kommen. Eine Map, auf der Navi bisher noch nicht glänzen konnte. Aber da muss irgendwas passiert sein, dass sie Nuke da offen lassen. Ja gut, sie konnten es ja nicht bannen, ne? Das ist ja das Problem. Ja, aber ich hatte es ja schon gesagt, ich denke, in der Zeit, die Navi sich vorbereiten konnte, haben sie sich entschieden, nehmen wir Cash oder Nuke, die wir spielen wollen. Sie hatte sich schon abgezeichnet, dass sie sich halt lieber auf Nuke vorbereiten. Also deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt was von Navi sehen. Wenn Valve schon extra die Map für sie anpasst, dann muss man einfach die Map spielen. Das wäre, als würde man Geburtstagsgeschenk nicht annehmen. Ja. Also, du hast vollkommen recht. Das ist sowieso noch gar nicht bewusst gewesen. Ja. Valve hatte ja förmlich dazu gedrängt, Nuke zu spielen. Aber ich habe immer noch diesen Retake gerade im Kopf, wie gut der eigentlich von Navi ausgespielt war da gegen G2. Oh, stark. Ja, Simple hat sich, er hat den Bombenplan verzögert, ist nicht über Pace durch die Smoke gepusht, hat da glaube ich sogar auf eine Flash gewartet, entscheidet sich da nochmal um. So viele richtige Entscheidungen von Simple in so kurzer Zeit. Sehr schön. Stark, auf jeden Fall. Aber es sieht erstmal so aus, als würden wir noch eine weitere Runde sehen, denn Navi ist beim Aufbau schon dezimiert worden. 2 gegen 5 bei 45 Sekunden. Da muss G2 eigentlich wirklich nur noch hinten auf dem Spot stehen und sauber traden. Dann sollten sie das einfach gewinnen können. Ja, so schön die CT-Seite ist, T-Seite hakt es halt immer noch. Bei beiden Teams. Bei beiden. Das ist ja krass. Obwohl man das eigentlich von G2 nicht gewöhnt ist. Ich würde auch fast sagen, dass Navi halt... Was machen die denn bei Navi gerade? Also saven muss man bei MR3 16.000 halt echt nicht. Nee. Jetzt sagen wir nur noch 20 Sekunden. Ja, in Apex wird es halt jetzt beenden. Weil das ist die Bombe. Die er da holt. Und ist vorbei. Simple wird noch ein bisschen Schaden machen. Und er kann noch ein paar Waffen mitnehmen. Nicht nötig hier bei 16.000. Aber ja, ein bisschen was wir Scoreboard tun, ist schon gut. Und es bleibt weiter dran. G2 hat noch zwei Möglichkeiten um hier. Oder die müssen ihre zwei Möglichkeiten nutzen. Ansonsten ist hier Navi auf Map 1 der Gewinner. Will man auf Doppel-AWP hin? Man scheint sich sogar auf Doppel-AWP wieder bei Navi zu gehen. Das ist jetzt interessant, weil das macht das Spiel halt wieder so langsam bei Navi. Noch langsamer als sonst. Ja, mein erster Gedanke ist da. 20 Sekunden Go bei Navi. Es kommt aber auch drauf an, wie sie picken jetzt. Weil G2 eben halt Aggressive-Picks geholt hat, ist es auch eine Antwort da, mit einer Doppel-AWP drauf zu reagieren. So, hier ein schönes kleines Setup, das Apex und Kenny S da aufgebaut haben an der Lang. Weil Apex steht Anti-Flash. Und Kenny S hat einen Winkel auf dem Blumenkübel. Und die Flash geht halt überhaupt nicht Richtung Apex. Der kann deswegen den ersten machen. Wollte durchdrücken. Klar, er kommt aus der Pose auch nicht mehr raus. Deswegen immer versuchen, den Doppel-Kill zu machen, indem man gar nicht erst absetzt. Und die Leute laufen einem rein. Das Refrag-Verhalten war aber okay von Navi. Ich muss sagen, das war auch eine sehr schöne Flash, die man da geschmissen hat. Weil die ist sehr schwer zu sehen, wenn du die so an der Kante schmeißt und dann hoch springst. Dann fliegt die sehr hoch. Und das hast du mit der AWP eigentlich nicht auf dem Schirm, weil die über deinen Scope fliegt. Eigentlich sehr coole Flash. So, jetzt kriegt der NBK da ein bisschen Probleme. Der versucht nochmal gegen zu flashen. Die macht aber gar nichts. Kenny S steht da bereit, verschießt den ersten. Und der NBK, der steht immer auf Closest. Die Flash, die hilft dir, aber er macht trotzdem den Frack. Damit liegt aber eine gute Support-Smoke. Und trotzdem holt, hier siehst, erstmal den Frack. So, jetzt ist es drei gegen drei. Du musst versuchen, hier auf den Spot zu kommen. Oh, wie gut man Kenny S gerade abgesmoked hat. Dem bleibt nur noch der Winkel Richtung Alang. Gibt ihm auch ein paar Möglichkeiten, die Smoke. Und er fängt erstmal an Guardian zu holen. Der sollte für den Entry sorgen. Guter Refrag von Seas. Zwei gegen eins, aber Body noch am Spot. Und der ist wirklich gut, macht den Doppelkill. 17, 18. Und so ist es nur noch eine Runde. In dieser Overtime. Ein sehr, sehr, sehr T-Runden-armes Spiel. Wirklich sehr, sehr. Und es ist aber so, dass Navi halt echt jetzt immer noch gewinnen kann. Es ist, es sieht aber wirklich danach aus, als würden sich diese MR3-Overtimes immer im Kreis drehen. Ein 3-0 hat da manchmal auch nichts zu bedeuten. Ja, das ist es halt. Die können durchkaufen. Und du kannst halt auf der T-Seite, auf der CT-Seite immer, immer durchkaufen. Du kannst fast immer auf Doppel-AWP gehen. Das ist halt bitter, ne? Das ist halt sehr bitter. Im Endeffekt, auf der einen Seite ist es sehr ausgeglichen, aber meiner Meinung nach zieht das halt so eine Overtime ins Unendliche, kann es ziehen, ne? Deshalb finde ich eigentlich 12.500 ganz nice, weil da muss man wenigstens noch ein bisschen mit dem Geld wirtschaften. Noch eine sehr schöne Idee von Navi. Tempo-Wechsel, schnell Anerlagen durch. Und sie fallen ihm vor kurzem in den Rücken, aber da steht noch MBK in der Bank. Wenn der da nicht gestanden hätte, das wäre so gut aufgegangen. Siehst noch langsam über den Connector hoch. Jetzt sind die Kurzspieler in der Zange. Die konzentrieren sich alle auf den Spot. Siehst, zieht einen Spieler, macht den Kill, weiß vielleicht von einem zweiten. Den sollte er auf jeden Fall vermuten, will jetzt aber erst mal seinem Team am Spot helfen. MBK abgesmoked. Sie könnten die Bombe jetzt langsam legen. Wie verhält sich Apex, der da immer noch an kurz Siehst umlaufen könnte? Und Siehst geht in die Toilette rein. Der weiß, dass da irgendeiner auf kurz warten muss. Das kann nicht sein, dass... Und jetzt kommt er überlang. Damit ist Apex bekannt und Apex macht nur ein. Das könnte die Entscheidung sein. MBK muss jetzt hier aufdrehen zusammen mit Schocks. Jetzt ist eins gegen eins. Siehst, muss das hier ausspielen. Und ihm läuft die Zeit davon. Schocks geht ins Duell. Und er will das Duell. Und er macht es nicht. Navi gewinnt hier Spiel Nummer 1. Was ein geiles Comeback von ihm. Und dann reicht es hier in der letzten Runde noch, in der ersten Alltime hier die Map für sich zu entscheiden. Keine...